Das Studio von Ice Age und Elvin und die Chipmunks präsentiert die Noobs. Sie sind daheim. Ich geh schon mal vor. Bis gleich. Aber nicht allein. Hab's gleich. Hab's gleich. Hab's doch nicht. Hallo Menschen. Wir kommen in friedlich. In Frieden. Geh was auch immer auf. Sie wird gewollt. Sie haben die Schwerkraft ausgeschaltet. Wie in Halo. Die Noobs. Klein, aber gemein. Die Dinge, die sie auf uns abgefeuert haben, sind Gehirnsteuerungssonden. Wir beanspruchen hier mit eurem Planeten. Mit Austin Butler aus Zoe 101. Und Ashley Tisdale aus High School Musical. Ricky! Ich hab Omas Controller. Das Spiel beginnt. Das Spiel ist vorbei. Oh, Mist! Das ist sowas von daneben. Die Noobs. Klein, aber gemein. Cool! Bist im Kino. Der Nächste im Kino. Der Nächste im Kino. Ja! Der Nächste.